Ja, die brennen beide. Ja, besser zu sagen, als wir das letzte Mal hatten. Aber ich glaube, ich mache die auch volle Pulle. Hält das lange vor, wenn das einmal brennt? Wo ist das Holz jetzt drin? Unser Räuchermehl ist da drin. Das war's. Und dieses ist Räuchermehl. Räuchermehl. Aus Deutschland? Hermanns Angelhütte. Ja, also ja. Hast du mitgebracht? Ja, dann warte ich schon. Wo war der denn? Wer hast ihn mitgegeben? Habe ich gar nicht. Der hat sich genommen. Ich muss ja den wegsteigen. Ja. Super. Ja, natürlich.